Wir kommen zum Besteneis-Preisse-Serie-Hotel der Schweiz, das ist das Wellness- und Spa-Piermine-Zurbricken. Die Zurbricken schaffen es doch tatsächlich, jedes Jahr noch einen Zacken zuzwecken. Und stellvertretend kommt Fabian Zurbricken auf die Bühne, heute von Sizilien extra angereist. Kommen Sie da, Ellen! Applaus Der Piamin wäre ja auch gerne gekommen, aber der ist noch in den Ferien. Wir verbringen dir gerade die Ferien? Ja, das wäre ein gutes Mikrofon. Wo sind wir in den Ferien? Sind wir alle zusammen? Also die ganze Mannschaft ist jetzt in Sizilien, die Haivi, die Dida, die Schwiegermüter. Und Piamin und ich sind auf eine andere Insel gegangen. Ja! 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 Nach zwei Minuten möchte ich gleich etwas sagen. Jets d'accord wird's. Frau Affolter. Heute liebe Kollegen, mein Schwager Pirmin, ich rede auch Hochdeutsch, dass es die Tessiner verstehen. Grazie! Mein Schwager Pirmin hat am Skifahren viermal den Gesamt-Werkup gewonnen. Ich zweimal den Gesamt-Werkup im Apres-Ski. Alle erwarten immer einen sportlichen, jungen, knackigen Mann hier vorne. Und ich bin eben besser im Apres-Ski als er. Danke für diesen Award. Auch wenn wir ihn schon zum sechsten Mal bekommen. Und darum rede ich heute. Ich habe jetzt fünfmal nicht geredet. Nach sechsmal darf man mal eine Minute reden. Und möchte ich euch Danke sagen. Es ist immer jedes Mal schöner und noch ein grösseres Erlebnis. Ich danke vor allem meiner Frau Esther. Denn ohne eine starke Frau entsteht auch kein starker Mann. Unserem Team, dem Chefkoch Markus Ries und den 25 Angestellten, welche tagtäglich dazu beitragen, diesem Award entgegenzuarbeiten. In einem kleinen Dorf wie Sausal Magel, in einem Bergtal, ist es nicht einfach, ein Hotel die Gäste hinzubringen. Es ist nicht einfach. Es ist einfach eine Stadt in einem grossen Hotel. Das ist meine Meinung. Aber wir schaffen es. Wir sind 320 Tage mit Leidenschaft jeden Tag da. Wir begrüssen jeden Gast selber von morgens bis abends. Meine Frau ist immer die Nacht an. Und ich immer morgens und tagsüber. Und das ergänzen wir uns sehr gut. Wir gehen uns nie auf den Geist. Sehr schön. Ihr geht euch nie auf den Geist, weil wir ja nicht zusammen Ferien verbringen. Sie sind ja noch immer da und da stehen Ihre Frau. Für eine andere Insel. Ist das so? Genau. Oh, Ihnen gebe ich nicht mehr das Mikrofon. Nur das Schlusswort. Also Schlusswort. Dieser Award zeigt bei uns, dass wir auf dem richtigen Wege sind. Und ich danke Karl Wirt dafür. Ich bleibe nicht bis 20 Uhr. Ich muss um 19 Uhr wieder auf das Flugzeug. Runter nach Sizilien. Ich danke vielmals, dass ich hier sein durfte. Und Karl Wirt sage ich einfach, ich gehe in den Urlaub. Man gönnt sich ja sonst nichts. Dankeschön. Dankeschön für die Sie. Danke. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.